herzlich willkommen bei unserem kanal praguay live ich bin der pitt und schaut euch das nächste video an wie immer abonniere den kanal um nichts zu verpassen und likes nach oben bis dann also das heutige thema ist sehr sehr wichtig erstmal nochmal vielen dank wiederum für eure anfragen um diesmal ein sehr wichtiges thema einwanderungshelfer und da möchte ich mich bei euch bedanken weil es ist wirklich ein thema was ich schon vorher machen sollte warum ganz einfach es braucht oder man braucht immer oder fast immer die einwanderungshelfer und ich habe wirklich eine ehre muss ich sagen einer meiner besten freunde vorzustellen der auch selbstverständlich zu unserem paraguay live team gehört und zwar den warner der ist einer der besten einwanderungshelfer in paraguay und tut schon seine tätigkeit seit 35 jahren ja 35 und da werde ich gleich unsere beziehungsweise auch meine geschichte erzählen lieben gerne aber bleibt dran es wird auf jeden fall interessant dazu bewegen uns nach asunzio ok bleibt dran so ich wollte noch ganz ehrlich sagen dass ich schon seit 18 jahren und er hat schon vor 18 jahren für uns für meine frau und für mich die kompletten dokumente nicht nur die dokumente aber auch die ganze container geschichte also im prinzip den ganzen umzug organisiert hat aber dazu kommen wir sicherlich im nächsten video wichtig sind jetzt die einwanderungsdokumente deshalb ich kann den werner persönlich nur empfehlen immer die beste arbeit und mit wenig arbeit eurerseits also nicht schlafen sondern einfach zu schlagen ok dann geht ja mein name ist werner penner ich bin in paraguay geboren und spreche deutsch auch den platdeutsch und auch sehr gut spanisch ich mache die aufenthaltsgenehmigung die einwanderungspapiere für die ausländer ausländer mache diese arbeit so schon seit 35 jahren die papiere die ihr braucht für die einwanderungspapiere sind führungszeugnis das führungszeugnis darf nicht älter als drei monate sein geburtsukunde und heilatsukunde wenn zutreffen diese drei papiere müssen beim paraguayischen konsulat in deutschland beglaubigt sein es gibt zwei konsulat paraguayische konsulat in deutschland eine in berlin und die andere in frankfurt und das gilt aber jetzt nur für deutsche und die anderen papiere die andere länder brauchen die nicht aus deutschland sind die brauchen nicht zum paraguayischen konsulat in ihr land gehen die müssen nur ihre geburtsukunde heiratsukunde und führungszeugnis die brauchen nur apostille nur kurze bestätigung beziehungsweise kurze ergänzung die drei erwähnten dokumente gelten nur für deutsche staatsbürger das heißt besser gesagt die deutschen staatsbürger müssen noch immer noch die drei dokumente begläubigen beziehungsweise bestätigen lassen durch die paraguayischen konsulat also jeweils es gibt auch eins in berlin und eins in frankfurt und da müsst euch vorher erkundigen welches für euch zuständig ist also auf jeden fall deutsche staatsbürger müssen noch begläubigen lassen dokumente die polnischen die österreicher oder auch die schweizer oder auch andere nationale dann tun es es nicht es gilt nur die apostille was man noch zusätzlich braucht für die die einwanderungspapiere sind wir müssen eine hinterlegung von 5000 dollar machen und sofern die papiere fertig sind in zwei maximal drei monate kann man das geld von der bank wieder raus holen und zusätzlich muss man auch noch ein hiv negativ haben das könnt ihr in europa machen oder wir machen das auch hier in paraguay und das kostet nicht mehr es ist der selbe preis wichtig sind jetzt die einwanderungsdokumente deshalb ich kann den werner persönlich nur empfehlen immer die beste arbeit und mit wenig arbeit eurerseits also nicht schlafen sondern einfach zuschauen okay danke ich hoffe wir konnten uns beziehungsweise auch die ferner vorwiegend eure fragen bezüglich der einwanderung nach paraguay voll beantwortet also wie gesagt es gibt immer vor und nachteilen man kann es auch ohne einwanderungshilfe tun man kann es mitmachen ich empfehle auf jeden fall jedem eben diesen werner zu nehmen unten gebe ich euch auch extra links beziehungsweise blende auch da links ein damit ihr euch direkt praktisch dahin wendet kann ohne umwege zu machen was auch wichtig ist damit eure angelegenheit direkt erledigt wird okay also es dauert ungefähr noch mal zum schluss zu sagen es dauert ungefähr drei monate also drei monate wirklich ohne einzeln dazu zu bezahlen es gibt viele einwanderungshilfe was ich aber an ihm schätze es ist die ehrlichkeit es sind 35 jahre erfahrung die ihr habt also er war die erste und die dritte angelegenheit die auch mit mir zusammenhängt wie ich schon erwähnt habe er hat das komplette praktisch einwanderungssystem ich sage mal nicht erfunden aber auf jeden fall durchgesetzt und auch für uns gearbeitet und es war wirklich erste klasse deshalb also diejenigen von euch die wirklich auf schnelligkeit zuverlässigkeit setzen es gibt keine anderen alternativ also macht gut in diesem sinne und wie gesagt wie immer melde ich mich noch mit dem schlusswort bis dann mach's gut danke fürs zuschauen es kommt schon die morgige sonne heraus ich muss mich beeilen also noch mal ganz kurz für diejenigen die nur wegen einwanderung hilfe beziehungsweise dem einwander anweilen einwanderungshilfe uns anschreiben wollen da blende ich jetzt eben die extra adresse nur für einwanderung bitte nur einwanderung diese adresse benutzen sonst wie immer gebe ich links natürlich unsere e mail adresse für sämtliche anfragen also in diesem sinne war es gut ich hoffe es hat euch gefallen und vor allem es hat euch geholfen und bitte nimmt die sicherheit greift zu weil nur dadurch verhindert ihr eventuelle probleme um die einwanderung beziehungsweise einwanderungs dokumente die sind natürlich am wichtigsten bitte 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 ok sonst links wie immer meine e mail adresse und weitere empfehlen wenn an unseren videos aus unserem kanal kanal youtube kanal baguai live also in diesem sinne heute wiederum beim schönen wetter und macht's gut und ich hoffe ihr behält auf jeden fall die gute laune bis dann danke euch bis dann